Einen wunderschönen guten Tag meine liebe YouTube-Gemeinde. Ich bin Eurelzer Kopf und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu Star Wars Battlefront, die Beta auf der PS4. Und wir legen los, wir legen los, wir starten gleich. Oh, ich bin so, ich bin echt gespannt. Okay, lass gucken, ich hab noch gar nichts freigeschalten, gar nichts, keine Ahnung. Ich hab mir mal vorhin so ein kurzes Video angeguckt von einem etwas größeren Let's Player und ich hab trotzdem keinen Plan. Irgendwie ist das ziemlich langsam, die Empfindlichkeit, aber ist vielleicht gut für mich, weil ich bin eher ein Noob in sowas. Okay, ich finde einen Gegner, ich brauche einen Gegner, ich will killen. Boah, ich höre eben, aber ich sehe niemanden. Oh Gott, das wird schwierig, ey. Es gibt hier keine Gegner. Oh, oh, okay. Oh, oh, da, vorher ist irgendwo, oder? Kann das sein, wenn die Musik losgeht? Oh, hey. Aha. Aber ich find keinen Gegner. Lächerlich. Wenn ich einen find, dann bin ich tot. Hundertprozentig. Ist so. Ist so, ist so, ist so, ist so. Ich will hier hoch, da oben war was. Da oben ist doch was. Was ist das? Was ist das? Was ist nichts? Was ist das? Irgendwer schießt hier auf mich. Ah, hinter mir. Wo bist du? Ich bin tot. Ja, siehst du, was ich gesagt habe. Find ich einen Gegner, bin ich tot. Los. Muss ich das noch umstellen, die Empfindlichkeit ein bisschen, ne? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Da, 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 da. Hab ich dich erwischt? Ich weiß nicht. Ja, ich hab ihn erwischt, oder? Ja. Wo ist er denn? Das kann's ja nicht sein. Oh Gott. Wo ist der Kopf? Gott. Okay, okay, okay. Gut, 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 gut. Einfach cool bleiben. Cool bleiben. Ich werd nur kurz, äh, 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 äh. Ne, lieber nicht. Ich hab den ins Knie geschossen. Ich hab, ich hab ihn gekillt. Läuft, Leute. Super, ich bin der Beste. Oh, der wird so stolz auf mich sein. Oh, der wird so stolz auf mich sein. Das ist Wahnsinn. Okay. Warte, warte, warte. Ja, 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 ja. Oh, verdammt. Zu spät reagiert. Viel zu spät reagiert. Passt aber, passt aber. Kein Ding. Ich bin schon wieder tot. Das kannst du nicht zahlen. Ja, ich hab nie behauptet, dass ich gut bin. Außerdem ist das jetzt grad, ich hab's grad eben runtergeladen. Ist grad fertig installiert und alles mögliche. Und jetzt zock ich's und logisch, dass ich abkacke wie der erste Mensch auf der Welt, ne? Das ist vollkommen normal. Gibt's Fallscharten natürlich, Wetten? Wow! Da will er mich wohl verarschen, oder? Er landet das Ding einfach so neben mir. So, ich muss das jetzt verteidigen, hm? Ich hoffe, es kommt keiner. Ich will doch ablosen beim Verteidigen. Aha, 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 aha. Wo, 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 wo? Ich seh ihn nicht. Da, da oben, da oben, hier oben. Gott, schon wieder tot. Lächerlich. Aber einen Kill habe ich, okay? Das nimmt mir keiner. Einen Kill habe ich. Das war gut. Wow. Ja, ja. Oh, Baby. Ich habe dich voll zerstört. Sonst muss ich das wieder... Ding nehmen. Macht schon, gut. Hey, wir bleiben zusammen, oder? Hätte ich gesagt, wäre besser. Oh Gott, ja. Ich bin ja auch schlecht. Ich bin ja auch schlecht. Ich weiß doch selbst. Ich musste erst reinkommen in das Spiel. Ist ja nicht so. Oh, da exportiert doch was, oder? Was? Was zur Hölle? Da vorher kann man auch zocken. Das will ich unbedingt. Das will ich unbedingt. Ich will unbedingt da vorher zocken. Oh 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 oh. Könnte nicht sein. Oh. Da 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 da. Warte. Warte ich komme hier nicht hoch. Verdammte Kacke. Ihr habt ihr ins Knie geschossen. Du bist gestorben. Läuft. The sleeping... Ah, ha, 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 ha. Warte, wie ich... Ich komm von hinten. Fuck, 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 fuck. No! Kann ich eigentlich oben bleiben? Das hab ich noch nicht ausprobiert. Knopf gedrückt halten. Probier mal jetzt, probier mal jetzt. Knopf gedrückt halten. Vielleicht zieht das. Da-da-da-da! Was, was, was? Ah! Okay. Hier geht's nicht weiter. Definitiv nicht. So. Wo ist der Feind? Da. Ja, man kann oben bleiben. Ach, komm schon! Lächerlich. Din, 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 din. Ah, da ist was! Oh, ja, ich hab was gefunden. Lock-häuft. Kill ihn jetzt! Kill ihn jetzt! Kill ihn! Ja, super! Okay. Okay, nehmen wir das. Was auch immer das ist. Oh, oh, no, 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 no! Gott! Das ist echt nicht sensibel genug. Ich kann mich nicht so schnell umdrehen. Das ist ein Problem. Oh, ich hab das sogar noch. Läuft! Okay. 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 Was geht hier ab? Was ist denn da? Gott! Okay, macht nix, Leute. Ich weiß, ich bin jetzt ziemlich oft am Sterben und alles ist los da extrem ab. Bin echt schlecht. Richtig schlecht. Hab gerade mal zwei Leute gekillt und bin 18 Mal gestorben oder so. Aber das ist mir egal. Es ist Star Wars, Leute. Es ist Star Wars, okay? Au! Jetzt bin ich da reingelaufen. Das hätte nicht sein müssen, okay. Ich bin ja voll konzentriert, wisst ihr? Das ist katastrophal. Ich muss erst warm laufen in dem Spiel. Man kann ja die ganzen Dinger da auch fliegen und so. Das würde ich auch gern machen. Gott. No, 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 no. Wo bist du? Wo ist der? Ich hab doch gerade eben auf mich geschossen. Hier bitte, nimm das. Lass mich in Ruhe. Gott. Das kann so nicht sein. Immer wieder der. Immer wieder der. Der hat eine geile Knarre. Echt, die zieht. Die zieht. Richtig schlimm. Ja, 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 ja. Na komm, na komm, na komm. Ich hab dich bestimmt kein einziges Mal erwischt. Das kannst du nicht sagen. Wow. Okay, der ist gut. Leute, der zockt das heute seit in der Früh. Weil auf der PS4, glaube ich, erst seit heute gibt es die Beta zum Runterladen. Der zockt das bestimmt schon seit in der Früh. Darum hat er auch so viele geile Waffen und ich hab nur so eine Kacknarre, die eigentlich gar nicht zieht und nicht funktioniert und eigentlich nicht mit der zufrieden bin. Und ich heul wieder herum wie ein kleines Mädchen. Aber was soll ich tun? Ich bin halt schon so oft gestorben und ich bin ein schlechter Verlierer und eine kleine Prinzessin und ach Gott. Du hast eine geile Pose. Echte, I love you. Und wir hätten... Nein, doch, wir haben da. Okay. So. Ist lächerlich. Es reicht mir jetzt. Das kann es ja nicht sein. Ich muss echt vorsichtiger sein. Okay. Nur, wo ist der Feind? Wo ist er denn? Ach, die haben... No. Wir gewinnen das Ding, ha? Verdammt. Ja, es macht nichts, Leute. Okay, oder? Das war ein Kack-Erster-Part. Das ist nicht cool. Das war jetzt nicht so toll. Aber wenn ich nächstes Level erreichen würde, denke ich, schalte ich eine bessere Waffe frei. Und es ist Level 2. Läuft super. Das erste Ding ist immer kacke, wenn ich bei jedem gewesen hundertprozentig das erste Mal Battlefront gespielt. Und dann ist es einfach... Battlefront? Ja. So. Mal gucken. Jetzt schalte ich bestimmt eine Waffe frei oder irgendwas. Keine Ahnung. Okay. Komm. So. Aha. Ich blick da gerade nicht durch. Rang 4. Was ist auch Rang 4? Muss ich mich verarschen? So. Die nehmen wir auch noch. Perfekt. Ja. Toll. Ja. Okay. Oder? Nein. Hier hin. Passt schon hier hin. Ja. Okay. Los. Wir sind das andere Team. Leute. Läuft. Wenn das wieder so schnell geht, wird das vielleicht nur ein ganzer Part. Dann passt das. Okay. Gut. Ach. So. Perfekt. Wir sind zu zweit. Super. Leute. Wir müssen das verteidigen, mein Freund. Wir müssen das definitiv verteidigen. Ich fahre ins Loch. Ich... Ich... Mir passiert hier nichts. Läuft. Ich stecke fest. Ich bin tot. Leute. Raus hier. Ich komme hier nicht mehr. Ich bin so tot. Oh. Habe ich ein Glück, ey. Kommen die? Kommen die? Kommen die? Fuck. Wer schießt denn hier auf wem? Da oben. Ah. Zu spät. Da war ich zu langsam wieder mal. Ich weiß, ob ich eine verkackte Granate, wenn ich die gar nicht wirf, ne? Was? 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 Wir machen die fertig. Komm schon. Ich erwische ihn nicht einmal. Nicht einmal. Oh, ihr einmal erwischt. Aber nicht gekillt. Verdammt. Los jetzt. Fuck, 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 fuck. Wer schießt hier? Da oben. Ach Gott, zu langsam Hab ein bisschen abzogen, aber nicht Das, was sein hätte sollen Macht nichts, warte, wo war der, wo war der? Das war hier Ich bin echt ein Kack-Schütze Du Bastard Was gehört? Leute, Leute, Leute Ja, komm schon, ja, ich hab ein Kill, läuft, ich bin der Beste, oder? I'm so großartig So, was hab ich, was hab ich gekriegt, was hab ich gekriegt? Läuft doch So, hab ich's platziert? Ist platziert, ja Beschütz mich doch, du verkacktes Geschütz Oder muss ich das noch, ja Ich muss es bemangen, okay Ich muss mich dahinter stellen und Abknall die Leute Okay Ah, da oben geht's schon ab, da oben geht's schon ab Vielleicht seh ich ja irgendwen Vielleicht kann ich den Killen Da, 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 da Gott Nicht ins Loch, nicht ins Loch rein Raus aus dem Loch Verdammt Vielleicht zieht das Vielleicht zieht das, weiß ich nicht Mal ausprobieren Lenkt das ab, bisschen Ja, ja, ja Ach, komm No Geh weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier Komm, Headshot Das war, nein Weil ich so langsam ziehe, wisst ihr Ich will so vorsichtig ziehen Das ist blöd Das ist das dümmste, was ich tun kann Au Ja, da muss man aufpassen, echt Da muss man richtig aufpassen, wo man hinrennt Ist da wer? Ist da noch wer? Ich will auch was haben Gibt mir das Okay, da hinten ist das nächste Jetzt müssen wir erst hinkommen Sind die schon dran? Nein, die sind noch gar nicht dran Okay, jetzt ist die Frage Kann ich mich hier positionieren? No, geht nicht Hier, so Ah Ja, ich hoffe, die kommen jetzt nicht hinter mir Aber von vorne werden die nicht kommen Das habe ich ein bisschen blöd gemacht Ja, von vorne werden die nicht kommen Hey, ich denke, die kommen von hier Werden die überhaupt kommen? Na, kommt keiner Au, au Ja, jetzt, natürlich Aber wir haben es gleich geschafft Wir haben es gleich geschafft Pass auf, pass auf, pass auf Wir gewinnen dieses Ding Wir gewinnen dieses Ding Ja, ja, ja Perfekt Was kriege ich? Was kriege ich? Ich will was Was ist meins? Da ist noch eins Ah, ich will das ein Geschütz Ich kriege immer Geschütz da So, pass auf Gott So Wow, wow, wow Ah, komm schon Ich hoffe, ich habe das Geschütz noch Ja, ich habe es sogar noch Perfekt Ich muss mich nur richtig positionieren Dann zieht das Da ist er Ah, ja Von der Seite auch noch So Ja, ich bin noch ziemlich schlecht Okay, gebe ich zu Ist das so Aber ist egal Übung macht den Meister Und ich werde mich drin üben Wie ein Meister? Nö Was habe ich da für einen Blödsinn? Okay Warte, 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 warte Komm, 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 komm Ja 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 Oh Gott Oh Gott Das war schlecht Das war richtig, richtig, richtig schlecht Was bedeutet das eigentlich? Das habe ich Das check ich noch nicht Das hat doch irgendwas zu bedeuten Und ich weiß aber nicht was Ich sehe niemanden Okay Oh, fuck Der sieht aber mich Pisser da oben Ach Gott Okay Okay Gut, gut Langsam Aber ich komme schon langsam rein Bald Dann rennt das anders Hoffentlich Ich weiß es nicht Kann sein, weiß es nicht Muss ich mal schauen Okay Er schießt schon Ich höre ihn ja Ja gut Das war dein Kill Perfekt Warte, da ist noch wer, oder? Gott Falsches Ding Aha, super Okay Ähm Ja, was auf Die kommen von hier irgendwo Das ist fix Ich versuche mich Was versuche ich denn? Kommt die nicht von hier? Nope Woher werden die kommen? Das ist die Frage Hier oben Gott, was war jetzt? Gott Ich Ich überlebe nicht lang Ich überlebe das Ding nicht lange Das ist schlimm Perfekt Ja, hab dich getötet Gell Ja, wollte ich nur sagen Ganz kurz, du Sturmtruppler Wow, 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 wow Läuft, hätte ich nicht gedacht, dass ich dich kille Aber okay Cool Komm, 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 komm Oh Gott No, no, no Okay, geil, 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 noch alles offen, noch alles offen Aber vielleicht erreiche ich jetzt Rang 3 Nach dem Ding Kann ja möglich sein, oder? Warte, ich nehme sowas mit Warum nehme ich sowas nicht mit? Zack Ist da wer, ist da wer, hast du ihn, hast du ihn Super Super, pass auf, wenn ich richtige Position hinkriege Das ist eigentlich gar keine schlechte Position, aber hier ist niemand mehr, oder? Ach Gott Wo ist das? Da hinten Aber so rutschen kann ich leider nicht, ich bin so Call of Duty gewohnt Das ist schlimm Ja, jetzt habe er nicht auf mich geschossen, oder? Ja, perfekt Ich hoffe, du warst alleine, ich hoffe echt, du warst alleine Was machst du? Oh Gott Ich werde es übernehmen, schnell, schnell, schnell Bitte, 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 please, 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 please Das funktioniert super, okay Jetzt nur in Deckung gehen Aha Da ist ein Snipperer, da ist ein verkackter Snipperer Knall ihm ab, knall ihm ab, Zocki Ja, super, der ist tot Ich will dauernd nachladen Das ist katastrophal mit mir Okay, wir versuchen das von hier Habe ich da? Ne Gut, perfekt Noch so Ja Ich kann leider nicht nach oben zielen Das ist das Problem Ach Gott Hochzielen war nicht, Leute Hochzielen war nicht Hey, was war jetzt? Oh Wir haben wieder verloren Schande Ja, ich habe 10 Leute gekippt, 12 Mal gestorben Eigentlich ist das gar nicht so schlecht Zweiter Platz von meinem Team Läuft Das war gut Das war Okay Mal gucken Nächster Rang erreicht Ja Na Ja, super Rang 3 Perfekt Perfekt Das ist ein Wahnsinn 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 Das ist ein Wahnsinn